wir haben noch mal eine aber wir fahren was neues kommt ich habe wir fahren was du jetzt hier das debus hier stehen wir ist und sagen mal kurz auf wiedersehen ihr könnt ja hier ein bisschen alleine fahren und kaufen das war schon lange nicht begann wir haben noch lange nicht gefahren werde immer straße genau mehr die hohe straße schon lange nicht mehr schafft ich muss jetzt gucken dass wir die jetzt nicht allzu ich geh mal kurz auf runde bälle wir kommen wo das ist 20 minuten wir laden die jetzt an der altestelle 14 insgesamt ist das der flüsterweg im letzten jahr über die war raus hier es ist auch so beschissen gelegt das ist alles so beschissen die kreuzgasse raus ach so wieder zurück da muss ja dann drehen kreuzgasse flüsterweg flüsterweg ja dann lassen wir es so sein ist das das war die rote nochmal auf die 13 rote konfigurieren 13 rote anwenden gut für die rote 13 brauchen wir einen bus dementsprechend natürlich wieder einen c in g bus das ist klar damit wir hier nochmal 9 kaufen wir haben jetzt 8 so die da schön abflug ich bin jetzt bewusst aus dem bus raus lasst ihr jetzt das mal wieder alleine fahren und wir kaufen einen weiteren 10 das werden gekauft wie das möglich ist ich wollte noch etwas haben das ist ich habe ja jetzt tatsächlich alle dmc ist also ich habe hier tatsächlich dmc ist der jahre das ist der viel und er kostet auf 90.000 der kostet 490.000 der bus egal wir kaufen trotzdem kommt zumal was hat um was anderes mal zu fahren ja die wiko ist es so gut mal was anderes mal was anderes mal was anderes mal was anderes ja wir haben ja heute wieder einen zahltag wir kriegen jetzt wieder ein bisschen mikrohne dazu anpassen ich guck mal gerade ne werbung will ich nicht äh ja annehmen so fahrzeug wechseln so anpassen weitaussehen haufarbe weiß akzentfarbe kann ich leider noch nichts machen wir brauchen blau vollverklebung brauchen wir nicht aufkleber dann brauchen wir auch nicht ich brauche Werbung drauf so annehmen wieso hast du das jetzt nicht gemacht anpassen werbung so wer so wer ist so Guck mal in der Farbe, was haben wir denn schönes für eine Farbe? Better Call, Koschinski, wir haben ja viel Werbung jetzt drauf, ne? Mögliche. Happy Halloween. Halloween ist leider noch vorbei, aber die, ich finde die coole Werbung so ein bisschen, die, 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 die. Aber wir haben leider noch nichts wirklich. Nee, komm, wir sehen sie, weil die einfach cool, ich finde die coole gerade einfach, passt zwar jetzt an den, so, gut, dann haben wir jetzt insgesamt an CNG-Bus müssten es jetzt neune sein. Fahrzeuge wechseln, wir gucken mal, irgendwie haben wir sieben. Und den MAN haben wir zweimal. Ja? So. Ja, das ist der langen Bus, der M1. Davon haben wir jetzt sieben insgesamt. Und den Kurzbus, das war jetzt tatsächlich ein CNG-Bus. Dann haben wir den kurzen noch, dann haben wir jetzt sieben, neun plus, also zehn haben wir insgesamt, fünf brauchen wir noch. Bei der Drecke 130.000 brauchen wir noch 1,5, 1,7 Millionen, die wir brauchen. So. Naja. Wir haben noch ein bisschen was zu fangen. Wir brauchen so ca. 10 bis 12 Tage noch und dann hätten wir es Gott sei Dank geschafft. Diese tolle lange Mission. Gut. Äh, warum bist du nicht, wo ist meine Route? Hallo? Warum bist du nicht auf meiner Route? Warum bist du nicht auf meiner Route? Hallo? Wo ist meine Route hin? Wie steht's nicht übernommen? Ich bin böde. Was haben wir denn hier auf der 7? Was würden wir bringen, wenn der auf den Vollzeitfahrt als Fahrzeugfahrzeug drin ruckiert? Was würden die bringen, die Route? 6000, das ist gar nuscht. Ich hätte schon rausnehmen. Äh, warte mal. Realschule Sieg worden. Ach ja, Realschule Sieg worden. Das bin ich in Ruhe. So, also raus mit dem. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, 4000 Uhr. Oh, das ist gar nuscht. Die verlieren teilweise noch schnell immer. So, also müssen wir noch neue Route erstellen. Na ja, gut. Was wird das denn zu bringen mit dem neuen Bus noch zusätzlich? 1000 nur. Nein, nein, nein. Das ist gar nuscht. Die nehmen wir wieder raus. Manchmal sieht das ist das Problem auch nicht, wenn du die Busse reinhaust. So, gut. Ich hatte jetzt fast gedacht, wir können die ohne Probleme, wir können die mit reinnehmen und die Busse aber... Naja, stellen wir doch mal eine Route hin. Das ist so kurz. Route konfigurieren. Ich will nämlich die Route 13 haben. So, das haben wir eben eigentlich schon gemacht. Warte, ob ich vom Monty nicht genommen habe. So, Halloween Route. So, die soll hier unten ein bisschen durch, die soll jetzt hier ein bisschen durchs Märheim fahren. Römer Straße. Römer Straße. Zentraler Busbahnhof. Römer Straße. Römer Straße. Kannst du die nicht nehmen? Zentraler Busbahnhof. Ich will die scheiß Route einbauen. Sie flachsen jetzt gerade? ich gerade so die mod mit der schweiz gute jetzt noch mal natürlich warum ist sie schon wieder wieso ist die schon wieder auf voran auf grün soll orange sein so habe ich in ruhe also noch einmal jetzt da nehme ich die hier raus die rosenstraße raus warum hast du denn immer so aktion aber bricht steile strahler ist das bär das ist so kurz so dreht jetzt die da pelterstraße ich weiß was ist hier dr doll straße ich lasse jetzt so sein wie sie ist das ist halt nur diese kurzroute hier und dann geht die zeit war das problem ich habe manche halte stelle doppelt dreifach an die geht ihr weiter haltestellt hätte ich doppel und dreifach an das ist manchmal eine absolute volle katastrophe so ok gut übernehmen wir die besitzen dafür den crossway auf die paar sie bringt mir gerade 68 dollar pro zahltag aber hier hat auch nur kurz zwei sterne ist auch nicht schlimm so dann fahren wir so mal an und dann gehen wir zur stelle dann fahren wir mit dem crossway so ok dann fahren wir jetzt mal so wo muss ich jetzt die leute einsammeln stehen hier vor der türe schon wenn ich die da vorne es ist manchmal ist es ist manchmal so zum flachsen muss ich tatsächlich wieder da raus fahrt wir fahren sie kurz einmal raus aus dem ding hier muss ich zu feste wir fahren wir auf die zwei dann einmal scheinwischern was ist hier los mit der technik drin im blick wieder das ist noch was ist anderer bus jetzt das ist mal was ganz anders wir fahren jetzt die leute damit die paar leute der stehen und gucken wir mal was wir hier ausmachen wo bin ich jetzt schon dagegen gefahren ach der scheiß an die anzeige da oben oder wat ich muss bei leute treten macht ein schrott aus ich habe die scheiße ich brauche eine fahrkarte ja ja machen wir so gut dann fahren wir wo müssen wir dann überhaupt lange hier rechts so große straße große straße schrott aus schrott 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 aus schrott die schrott leute ja du warst vorranken fahrt 5 busse dann haben wir alle 15 hallo hast du die werbung für das festival gesehen ich weiß nicht ob ich hin will oder nicht ich hätte gerne mehrere fahrkarten aber wieder aus und weiter die reise ich möchte uns kein split mache ich auf der folge sehr wahrscheinlich zu belissen ja wir fahren heute das erste mal mit einem neuen bus wir haben uns eine nebiko crossway e gegönnt kostet 490.000 mal eine abwechslung zu dem was war so sonst fahren jetzt ist aber die oder den erwein jetzt haben wir uns müssen noch 10 gewinnen das ist halt wie gesagt der was wir uns jetzt mal geholt hat also viel aber nicht mehr nur müssen dieser fünf insgesamt noch dann haben wir alle aufgaben gelöst wenn wir 15 cg musste dann bin ich mal gespannt was die nächste mission bringt man sehr lange gebraucht aber hier wird noch eine weile dauern die gut die mission aber es ist nicht mehr so mega viel es ist ein ende im sicht so das ist die 3d sie vorne das ist noch nicht an der vier vorbei weil das müssen wir noch mal fahren dieses kleine schleifchen hier warum auch immer aber das ist diese gesamtschule mehr ein genau gesamtschule mehr ein die soll man ja mitnehmen also wir brauchen pro zeit zwei zahltage pro bus das heißt es gab noch zehn zahltage und dann sind wir durch durch ich muss mal ganz kurz meine kaufelaufnahme überprüfen ich